Winter Wonderland. Winter Wonderland. Hey, es ist so schön. Ich zeig dir jetzt mal meinen Garten im Winter. Ich habe es schon öfter mal gezeigt. Also wir haben echt oft viel Schnee. Also nicht immer, aber oft. Und ich habe am Anfang immer versucht, zwei oder dreimal hintereinander anzusehen und auch im Winter war ein bisschen... Charles Dauding ist mein Vorbild, aber der wohnt ja in England. Der tut ja bis in November noch säen oder ernten und dann im Februar geht es schon wieder los bei ihm. Lauter so Sachen habe ich alles schon ausprobiert. Aber ich musste einsehen, bei uns geht das nicht. Wenn ich einmal etwas ansehe und das wirklich reif wird, dann habe ich eh schon Glück gehabt, weil wir ziemlich spät noch Frost haben, also Mitte, Ende Mai. Und dann ist ja eigentlich so... Ja, im November ist es eigentlich eh schon wieder kalt. Also beziehungsweise haben wir auch nicht so viel Sonne oder so intensive Sonne. Also manchmal schon, vor allem heute. Also wir haben einfach ein kürzeres Jahr. Gärtner Jahr. Und deshalb habe ich mir echt alles abgeschminkt, mir zu überlegen, was für eine Vorkultur oder Nachkultur das ich machen soll. Macht die ganze Sache auch einfacher. Also von der Planung her. Und natürlich auch realistischer. Und was ich noch sagen wollte, jetzt habe ich eben mir kürzlich ein Buch bestellt, da habe ich mir gedacht, cool, ein Permakulturgarten auf 800 Höhenmeter. Und jetzt habe ich aber schon ein bisschen in die Bewertungen gelesen, Ah, er wohnt am Südhagen vom Bodensee. Dann ist es wahrscheinlich wieder so, dass ich das nett bei mir umsetzen kann, was der in seinem Garten macht, obwohl wir auf die gleichen Höhenmeter sind. Genau. Aber ich gucke einfach mal. Und vielleicht sind ein paar neue Ideen dabei. Aber auf jeden Fall darf man sich echt nicht verrückt machen lassen, was andere Leute in ihrem Garten schaffen. Und das ist so wie mit seinen Kleinkindern so. Meiner kann schon sitzen. Meiner kann schon krabbeln. Also, pfff. Also einfach relaxen. Ich muss sich freuen. Ich habe aber lustig gemacht, was ich alles ernten kann. Die zeige ich euch beim nächsten Mal. Das sind echt ultra viele Sachen. Hier versteckt sich der Topinabur, die kleinen Stielchen. Da budel ich dann immer einen aus. Ja, ich kann echt viel ernten in meinem Garten. Und ich bin ganz stolz, dass ich hier einen Garten habe, der wenig Arbeit macht. Und viel Freude. Hey, ich wünsche dir einen schönen Tag.